«HCD Talk», präsentiert von ÖKK und Graubündner Kantonalbank. Es ist noch kein Rauch aufgestiegen über dem Davoser Eisstadion. Der «HCD Davos» befindet sich weiter auf Trainersuche. Aber die Kandidatenliste wird immer kleiner. Das ist der «HCD Talk». Schön sind Sie dabei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön bist auch du hier im Studio. Lars Morgan, HCD-Experte in der Sportredaktion vor der Zeitung «Seid-Ostschweiz». Hoi Lars. Wir hatten Anfangswochen einen Zeitungsartikel von dir bei uns im Blatt. Einen Zeitungsartikel, welcher es um die Trainerwahl gegangen ist beim «HCD Davos». Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Du schreibst in diesem Artikel, wo vier Kandidaten sind. Sind es noch vier Kandidaten? Und Frage zwei, wer ist es? Nein, es sind nicht mehr vier Kandidaten. Michael Linninger hat sich verabscheidet. Er ist Assistenztrainer beim EVZUG geworden. Die restlichen drei sind nach wie vor im Rennen. Josh Holden, Domi Niemelé und Ville Peltone. Genau, und einen Namen hast du angesprochen, Josh Holden, wo wir diese Woche neue Informationen bekommen haben. Und zwar ist er im Moment ja Assistenztrainer beim EVZUG, beim Schweizer Meister, wird diesen Job aber abgeben auf Sommerhe. Er versucht, hier eine neue Herausforderung zu finden. Ist das ein Indiz dafür, dass es eben Richtung Davos geht für ihn? Ja, es ist sehr gut möglich, dass es jetzt für ihn Richtung Davos geht. Ja, er ist schon länger im Gespräch. Er ist einer der letzten Kandidaten. Jetzt ist offiziell, dass er den Zug verlässt. Er hat, glaube ich, auch noch ein Angebot aus Deutschland, soviel es mir im Kopf ist. Aber wenn er natürlich den Job in Davos rüberkommt, dann wird er den auch annehmen. Josh Holden ist Kanadier, hat aber eine lange Vergangenheit hier in der Schweiz, als Spieler vor allem. Bei Gottero hat er gespielt, bei Langnau hat er gespielt und nachher vor allem im Zug. Zehn Jahre dort tätig gewesen als Spieler und jetzt eben auch im Trainerstaff. Er hat aber noch eine Erfahrung als Headcoach. Und trotzdem kann man ja ein bisschen sagen, er würde eigentlich in das Bouteschema vom HC Davos passen. Arnaud Delcurto, wir erinnern uns an sehr unerfahrenen Trainer zum HCD kommen. Auch Christian Wohlwend, der noch keine grosse Erfahrung hatte als Headcoach, auf höchster Stufe, ist der Josh Holden der ideale Kandidat für das Traineramt. Ich finde ja, und zwar nicht nur, weil er keine Erfahrung als Headcoach hat. Das ist immer so eine Sache, irgendwann musst du mal anfangen, musst du mal die Erfahrung sammeln. Und ich glaube auch, er konnte in den letzten vier Jahren, in den letzten fünf Jahren sogar, vom besten Trainer in der Schweiz lernen, also von Dan Tangnes. Dort war sein Assistent und konnte er ganz sicher einen Haufen mitnehmen. Dazu kommt einerseits, er ist Kanadier, er hat sicher ein kanadisches Element drin, aber er ist eben durch die Skandinavier-Schule durchgegangen. Für mich ist das eine sehr, sehr hochspannende Mischung, die hier Josh Holden mitbringen könnte, die vielleicht auch sehr gut zum HCD passen könnte. Und gleich frage ich mich, jetzt hat man die Erfahrung gemacht mit Christian Wohlwend, wo man sagen kann, ja, die ist irgendwo durchgut auszukommen, aber nicht so gut, dass man jetzt eben diesen Vertrag aufgelöst hat. Und jetzt macht man eigentlich mit Walter Imonen und Glenn Metropolit mit zwei Eltern eigentlich schon, erfahrenen Coaches, gerade Walter Imonen, macht man sehr gut die Erfahrungen. Ist es doch richtig, wieder auf einen Jungen zu setzen? Ja, ich denke schon. Ich finde, es ist wichtig, dass man die Assistenztrainer-Posten mit erfahrenen Leuten besetzt, also mit solchen, die Ahnung haben, was zu machen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel Walter Imonen, er war schon jahrelang Verteidigertrainer, er war zuerst bezugt, aber ich lote ihn, jetzt sind vier Jahre in Davos. Also für mich ist es wichtig, dass man ihn grundsätzlich als Assistent behaltet, dass er die Verteidigung weiter machen kann. Der Glenn Metropolit ist zwar noch nicht so sehr erfahren, ich denke aber, dort kann man ihm sicher auch nochmal eine Chance geben als Assistent. Es ist wichtig, dass man ihn an der Seite hat, also auch die, die das Ganze schon ein bisschen kennen, jetzt die Organisation schon ein bisschen kennen, wissen, wie der Karrer läuft. Und da kann man durchaus einen Jungen verhältnismäßig, also er ist auch schon 45, aber kann man durchaus zu einem ab an der Stelle. Ich spüre auch auseinander, da hast du irgendwo so ein bisschen Begeisterung da für den Josh Holden, wenn man so ein bisschen das Fanforum anschaut, hat er so ein bisschen die Reaktionen auf den sozialen Medien, auch da haben wir einen Artikel gehabt, Entschuldigung, bei uns online, wo, glaube ich, die Fans nicht so ganz zufrieden sind mit dieser möglichen Wahl, wo sagen, hey, das ist irgendwo eine Reizfigur, eine Figur, eine EVZ-Legende. Muss man da als Klub auch aufpassen, dass man eben so eine Person nicht verpflichtet? Also, das darf niemals der Hauptgrund sein, wieso, dass man eine Person verpflichtet oder nicht. Klar, der Josh Holden ist eine umstrittene Person gewesen als Spieler. Er war halt einer, der Gegner untertuten konnte, der provoziert hat, der auch die gegnerischen Fans provoziert hat. Manchmal hat er den dann ein bisschen überbordet mit unfairen Checks oder mit was auch immer. Aber grundsätzlich ist er einer, der untertut gegangen ist. Und das ruft halt gewisse Reize hervor bei den gegnerischen Fans und bei anderen Clubs. Aber das ist jetzt vor zehn Jahren, also zehn bis acht Jahren, ist das her. Er ist jetzt seit 2018 nicht mehr Spieler. Er ist jetzt Trainer. Also ich denke, er kommt ja als Trainer. Also irgendwo muss ich sagen, das kann man doch auch mal auf die Seite schieben. Es ist im Moment eine Nazi-Pause. Zeit, um ein bisschen durchzuschauen, zumindest für die Spieler. Wie läuft das Bewerbungsverfahren jetzt ab? Du hast hier ein paar Informationen bekommen, wie das jetzt abgeht. Weisst du sogar, wenn man den neuen Trainer präsentieren will? Ganz genau noch nicht. Nein, beim HCD sagt man, wir haben keinen Druck, wir haben Zeit. Aber es läuft darauf hinaus, dass das nicht mehr lange gehen wird. Weil wir hatten zuerst 20 Kandidaten. Reelle Kandidaten. Da hat man den Kreis eingegrenzt. Mittlerweile auf drei oder auf wie viel auch genau immer. Und darum ist es absehbar, dass es vielleicht in der nächsten Woche bald schon kommuniziert werden wird. Wir bleiben doch noch ein bisschen in der Gegenwart. Schauen wir jetzt fest über den Sommer heraus. Hier ist man mit dem Trainer-Duo Walter Rimon und Glenn Metropolit unterwegs. Man ist eigentlich sehr gut unterwegs. Er konnte jetzt einen wichtigen Schritt machen, richtig direkte Play-Off-Qualifikation. Und Glenn Metropolit hat vor wenigen Wochen gesagt, wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Wo sie den Job, das Amt vom Christian Wohlwenn übernommen haben. Ich glaube, das haben sie nicht gemacht. Und trotzdem haben sie zwei, drei Sachen, feine Sachen angepasst. Kannst du ein bisschen sagen, oder wenn die Spiele vom HCD jetzt gesehen sind, was hat man noch als bisschen neu auch gemacht? Ja, grundsätzlich tut man ein bisschen mehr Wert, also auf die Defensive legen, dass man zuerst hinten dran eigentlich den Laden sauber behaltet und auch, dass man keine schnelle gegnerische Angriffe zulässt, indem man die Mittelzone kompakt zumacht. Das funktioniert nicht immer, aber grundsätzlich, das sieht man schon recht gut. Klar, sie haben in gewissen Spielen immer noch viele Goale überkriegen, einfach wegen individuellen Fehlern. Das kann passieren, ist aber schlussendlich nicht dem System geschuldet. Also grundsätzlich funktioniert es so, wie es jetzt ist. Das Einzige, was man dann ankreiden kann, aber auch da widerspricht das letzte Wochenende zum Beispiel wieder, dass man zu wenig Goal geschossen hat. Aber das hat sich letztes Wochenende jetzt auch verbessert. Ja, grundsätzlich ist es sicher nicht schlecht, dass man zuerst mal schaut, dass man die Defensive sauber hält. Denn dann braucht man auch nicht jeden Match vier, fünf Goal, sondern dann reicht vielleicht auch mal nur zwei Goale. Zu dieser Defensive gehören ja auch die Goal. Und da gibt es auch noch etwas Spezielles, was mir aufgefallen ist. Wenn man die Zeiten unter Christian Wohlwende anschaut, jetzt der Herbst, die erste Phase der Meisterschaft, war schon so, dass Sandro Aschlima eigentlich die Mehrheit der Spiele gespielt hat. Man hat zwar immer gesagt, wir haben zwei Goale auf dem gleichen Niveau, aber irgendwie war Sandro Aschlima gleich das 1-A und Gilles Sen das 1-B. Und das hat ja auch ein bisschen die Reiz, dass man sich da eben abwechselt und die Zeit irgendwo durch ein bisschen ausgebalanciert ist. Ich glaube, das muss man heute auch irgendwo durch, weil es gibt diverse Statistiken, die das belegen, dass ein Goal in einem Back-to-Back-Spiel, also wenn er Freitagabend spielt und Samstagabend spielt, einfach am Samstag nicht mehr die gleiche, Sicherheit hat, wie am Freitag. Darum denke ich, ist es absolut richtig, dass man, wenn man schon die Möglichkeit hat, weil der Gilles Sen hat sich auf diese Saison, letzte Saison hatte er eine schlechte Saison, wirklich, er hat viele unhaltbare, viel haltbare Goale bekommen, aber auf diese Saison hat er sich enorm gesteigert und ist jetzt eigentlich wirklich ein guter Rückhalt für den ACD. Und es ist schon noch spannend, als wäre das Vertrauen jetzt wieder von den Trainern, von denen er vielleicht vorher weniger hatte, und sofort kommen eben auch die Leistungen, dass das Goal in einem sehr stark auch eine mentale Sache ist. Wo siehst du bei ihm den Leistungssprung, wie kannst du das erklären? Ja, es ist sicher das Vertrauen, das er jetzt auch wieder rüberkriegt auf diese Saison, schon Anfangssaison, wo man ihm halt gleich auch die Spiele gegeben hat. Und dort konnte er dann auch sein Vertrauen aufbauen. Natürlich ein riesiger Rückschlag war im Spengen, wo er dort die neun Goale überkriegte, gespart an Prag, wo nachher die ersten drei Meisterschaftsspiele im neuen Jahr gar nicht mehr eingesetzt worden ist. Das kann je nachdem, wenn es falsch läuft, dann kann das einen Knick geben für einen Goali. Aber er hat dann nach dem Trainerwechsel wieder gespielt und hat seine Antworten darauf gegeben. Wir schauen doch noch ein bisschen nach vorne, Richtung Playoffs sind noch ungefähr 10 Runden, wo du spielen kannst. Je nach Mannschaft ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hast du einen Wunschgegner für den HC Davos? Ja, habe ich. Die Rappersche, Lionel Lakers. Einfach schon nur aufgrund... War für dich am nächsten vom Wettbewerb? Nicht nur wegen dem, also nicht nur wegen dem eigentlich, sondern nach dem, was letztes Jahr war. Wir haben wirklich eine sensationell gute Serie gegen Rappi letztes Jahr. Das war alles drin, was wir wollten. Also 3-0 hinten gewesen, 4-3 die Serie noch gewonnen. Man hat harte Checks gesehen, man hat sonst harte gesehen, geile Goals, schöne Pässe und, und, und. Also in dieser Serie war alles drin, was man will. Und wenn es jetzt zu der Revanche könnte, wäre ich da ganz sicher von Anfang an wieder zu unter drin. Wunderbar. Sehr gut. Würde ich auch nehmen. Der Rappers, Lionel Lakers, sehr sympathischer Verein auch, der aus wenigen eigentlich sehr, sehr viel rausholt. Ein anderer Gegner, den ich auch gerne hätte, wäre ZSC Lions. Vom Stadion her, von der Mannschaft her, immer ein Spektakel, die Spiele gegen Zürich. Die heisse Phase, die rückt eindeutig näher für den HC Davos. Am Dienstag, da geht es dann in der Meisterschaft, in der Qualifikation weiter, und zwar gegen den Leader, gegen Servet, und wir sind dann in zwei Wochen wieder für Sie da, mit dem neuesten HCD-Talk. In der Zwischenzeit können Sie auch reinhören, das auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke vielmals, Lars, für den Besuch im Studio, und danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, für Ihr Interesse.